Koblenz hat alles, was du willst. Hier ist es schön. Hier wird viel geboten. Hier geht's voran. Oder? Das können wir Koblenzer besser. Freie Fahrt fürs Rad. Für jedes Rad. Busfahren muss günstiger werden. Wie wäre es mit 1 Euro ein Tag ganz Koblenz? Das gilt nicht nur für Busse. Wir wollen die Verkehrswende. Auch in Koblenz. Und was ist uns Koblenzer noch wichtig? Schnelles Internet überall in Koblenz. 20% soziale Wohnungsbau. Damit die Mieten bezahlbar bleiben. Wir wollen, dass Koblenz auch geht. Für uns. Und, na klar, für die Insekten. Koblenz ist bunt. Wir stehen für eine offene Gesellschaft. Und Gleichberechtigung. Wir bauen auf die Zukunft. Kleine Koblenzer groß machen. Das ist das Koblenz, das wir wollen. Und du? Du willst es? Dann wähl es! Und wähl es!